So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Le Survive the Forest mit unserem, keine Ahnung, äh, Kanye West für sehr arme Leute. Seh ich echt so scheiße aus? Nee, Kanye West wäre dagegen wirklich hübsch. Ähm, mir fällt bestimmt noch ein passender Vergleich ein. Okay, das ist nicht so schön. Ich richte mal die weiteren Lager ein. Der Pfeilkorb. Den Pfeilkorb würde ich mal hier, davon braucht man dann am Schluss auch ein paar mehr. Schlimm oder? Mutant, wow. Okay, ab auf die Brücke. Ich lasse sie offen und warte auf der Brücke auf dich. Von der Brücke haben wir vielleicht eine Chance, dann kriegen wir eine Wappelhaut. Komm zurück. Oh nein, du bist tot. Ich glaube, ich bin tot. Ich versuche ihn von hier. Aber ich glaube da noch nicht dran. Vor allem, der hackt immer weiter auf dir ein. Alter, das ist ein blauer Beinling. Achter, wer auf Boden liegt, sollte nicht getreten werden. Was macht der? Ich glaube, der versucht, dich endgültig zu killen und die Chancen stehen relativ schlecht, dass ich da den irgendwie kill und zu dir kommen kann. Weil ich habe gleich keine Munition mehr. Das heißt, du würdest dann sowieso sterben und müsstest herlaufen und ich könnte vielleicht den in der Zeit loswerden. Mal schauen. Vor allem, ich schieße auch. Ja, ich betone, er hat es geschaut. Okay, jetzt kommt er hierher. Ich habe keine Pfeile mehr. Natürlich nichts. Ich kann hier nichts mitnehmen. Ich habe keine Pfeile mehr und die Stöcker sind alle unten. Das ist nicht so gut. Okay, vielleicht schaffe ich es, rechtzeitig Stöckchen zu holen. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe nichts. Ich laufe jetzt einfach so zurück. Ja, mach das. Ich lasse hier hinten die Tür offen. Da kommt der Mutant sowieso nicht durch. Ja. Ich sehe ihn allerdings gerade auch nicht. Ich mache mal schön ein paar Pfeile. Weil die Tür hinter der Balkon? Ich bin auf der Brücke, aber auch die Tür an der Felswand ist offen. Okay, also vor der Tür quasi. Genau. Okay, alles klar. Ja, bei mir dauert es sowieso erstmal, bis ich wieder bereit bin. So, ich habe wieder ein paar Pfeile. Bereit bin. Aber. Ich kann den Mutanten nicht mehr sehen. Ach, da ist er. Da ist der blaue Beinling. Die Treffer interessieren den halt einfach mal gar nicht. Ich habe den gerade mies in den Kopf getroffen. Juckt ihn einfach nicht. Jetzt ist er unter der Brücke. Alter, der hört sich an wie eine Spinne. Der faucht voll komisch. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Wo ist der denn? Also er versucht irgendwas anzugreifen. Das höre ich wohl. Oh, ich erfriere gerade. Ähm. Keine Ahnung, wo der ist. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn bloß. Und ich. Verdammt. Ich verdurst habe ich. Oh, ich habe ja eine Coke. Sehr gut. Erstmal. Ich habe gar nichts. Ja, ich. Versuche den wegzukriegen. Damit du dann gleich essen kannst. Ach, da ist er. Ja, toll. Von hier aus. Kann ich den wieder nicht treffen. Oder vielleicht von da drüben. Mann, ich habe voll drauf. Wäre ich doch einfach weggerannt. Ja, deshalb habe ich gesagt. Komm auf die Brücke. Aber ich höre doch auf niemanden. Ja, das. Wow. Oha. Der kann richtig weit hoch springen. Der Beinling sollte, glaube ich, nicht unterschätzt werden. Aber ich habe einen Stein. Ich versuche es damit. Ähm. Bist du irgendwie geisterkrank? Ja. Ich glaube, ich habe ihn schon ziemlich weit. Ah, ich erfriere. Ich möchte nicht erfrieren. Echt nicht. Ich möchte den Beinlingen lieber tot sehen. Das wäre mir ein wahres Anliegen. Okay, der Schuss ging definitiv daneben. Alter, der kann wirklich hoch springen. Der schafft fast die Höhe von der Plattform. Ich habe den auf jeden Fall schon drei oder vier Schüsse hinzugeben. Jaja, der hat auch schon einiges an Fallen gefressen. Der trennt da im Kreis. Ist der irgendwie weg von meinem Rucksack? Weißt du das? Ja, ist er. Der ist nämlich unter der Brücke. Und du warst ja beim Holz fällen. Ja gut, weil ich habe doch auch einen Haufen Feine. Da kann ich nämlich gleich weiter hinten. Muss halt erstmal ankommen. Ja. Und ich darf halt dabei nicht erfrieren. Ja, halte ich lieber ein bisschen zurück, weil ich bin, wie gesagt, auf dem Weg und das schaffen wir schon. Ich meine, viel darf es nicht mehr sein. Und weißt du was? Ich nehme jetzt auch einmal... Wie viele hast du denn noch? Fünf. Ich nehme jetzt einmal Medizin. Ich kann aktuell auch keine mehr herstellen. Aber der hat schon echt gut Schaden bekommen. Oh shit, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich sterbe. Safe sterbe ich. Safe sterbe ich. Nein. Nein, ich schaff's. Digga, ich hab's halt eiskalt geschafft. Aber es kann sein, dass der Beinling jetzt beim Eingang ist. Es ist dunkel. Oh Mann ey. Ja, und ich glaube, der Beinling ist Richtung Eingang gelaufen. Nein, da ist er. Da kann ich gut auf ihn schießen. Wo ist der, die Hütten? Der ist genau unter der Brücke. Geh einfach nur rein. Ich versuche ihn abzulenken. Ja, na, ich... Auf meinen Rucksack jetzt gleich. Ach so. Ähm. Warte, ich schau, ob die Lagertür offen ist. Lagertür ist offen. Also kommt es von überall rein. Ich wehre nämlich wieder auf. Und ich bin out of file. Bei mir ist Schluss. Der ist direkt unter der Brücke, ne? Ja. Aber der kann nicht mehr viel vertragen. Das ist so unmöglich. Ich überlege gerade mit dem Sperr runter zu gehen, aber... Ah, das Risiko. Wir kriegen halt auch gleich die Pfeile alle wieder. Ja, Mann. Ja, Mann. Der ist tot. Du hast ihn... Jo, Alter. Du hast ihn geschafft. Das war einer. Alter, ich hol mir meine Pfeile einfach schnell wieder. Das war einer. Geiler Scheiß. Da leg ich mir gleich die Rüstung mit, ne? Ich hab ne Schwabbelhaut. Ich glaub aber, den Mutanten kann man doppelt looten. Ich glaub, du kannst ihn auch. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, da war was. Ja, äh, wir leben hier mal wieder. Ah, toll. Bin gesprungen. Geil, ich zieh mir gleich ne Schwabbelhaut an. Schwabbelhaut. Geiler Scheiß. Wollen auch Sie eine Schwabbelhaut? Wie Leder. Bewerben Sie sich jetzt. Oh, halt echtes Gedoppel, ne? Geil, wir haben beide Schwabbelhaut. 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 So, ausgerüstet. Ich hab auch noch 10 Rehfälle. Geil. 10? Ja, Mann. Ich weiß es nicht. Ähm, was ist das? Ich würde jetzt mal sagen, wir schlafen jetzt erst mal. Wir wollen uns eigentlich in dieser Folge, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann, wollen wir uns auf einen Höhlengang vorbereiten. Ja, mach mal doch, indem wir hier weiter aufbauen und... Alter, der... Digga, wie schaut mein Arm aus? Wie frisch aus dem Dings, aus dem Alien. Wir müssten zum Beispiel unter anderem Rehe töten, um Nahrungsvorräte zu sammeln. Aber all das funktioniert besser, wenn Tag ist. Ich guck mal eben. Ne, schlafen ist nicht drin. Noch nicht. Aber ich weiß, was ich hier bauen kann. Etwas durchaus sehr Wichtiges. Äh, yo. Das braucht man nämlich unbedingt auch im Haus. Mir ist kalt. Ich muss langsam mal wieder was essen. Wir schlafen jetzt erst mal, ne? Wir können noch nicht schlafen. Ja, mir ist auch kalt. Ich höre schon wieder Eingeborene. Die ersten 20 Stöcke, die wir machen, sollten wir hier ins Haus tragen für neue trockene Stelle, damit wir das Essen bei uns in der Nähe haben. Hm? Habe ich noch mal ein bisschen mit das oder so? Ne, ich habe ja lauter Soda-Zeug, aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne, zehn solche Sodas-Dinger habe ich. Also verdursten tue ich auf jeden Fall nicht. Ja, aber wir sollten uns die auch wirklich einteilen für die Höhle. Weil das ist alles an Trinken, was wir mitnehmen können. Ja, ne, ich mache da eine Dorn rum jetzt. Ich meine, ich habe zwar von einer getrunken, aber einfach, weil ich keine andere Chance hatte, sonst wäre ich gerade verdurstet. Aber ich versuche es schon zu vermeiden. Alter, hier sind mal richtig viele von diesen Baumkletterern. Oh, Mann, ey. Aber ich glaube, die rennen gerade weg. Wir bräuchten eigentlich hier oben fast auch noch einen Balkon. Es war aber schwer, den zu bauen. Ja, jetzt. Ja, es ging. Wir müssen aber die Wand komplett abreißen und dann müssten wir wieder mit Treppen arbeiten. Also praktisch wie unsere Brücke, weil das Fundament ist fix. Da kann ich nichts mehr ansetzen. Oh, ich muss mal auch Richtung Feuer. Vielen Dank. Lass uns kuscheln. Hi. Oh, du bist kein Schwarzer, aber jetzt schaust du aus wie ein Inder. Ach nee, das ist ja chinesisch, ne? Ja, Koreaner könnte auch sein. Ja, sogar fast eher Richtung, oder? Schwer einzuschätzen. Du siehst vom Gesicht, von den Gesichtszügen aus wie Otto. Also, jetzt nicht Otto Walke, sondern einfach so ein, so ein, so ein, so ein Deutscher, so ein, so ein Otto-Normalverbraucher. Seltsam. Sehr seltsam. Können wir schlafen endlich? Leg dich zu mir. Endlich. Und jetzt brauche ich erst mal was zu futtern. Und wir brauchen auch immer noch Leichenteile. Ich will Leichenteile. So. Die Realität für jetzt ist erst mal Stöcke sammeln, oder? Ähm, in der Tat. Das ist wohl wahr. Und die ersten 20 Stöckchen sollten ins Haus für das neue Trockengestell gehen. Und erst dann im Lager weiterbauen. Also ich würde auch hier diese Trockengestelle vom Prinzip komplett leer machen dann. Und gar nicht mehr nutzen. Ja. Weil das Essen brauchen wir einfach bei uns. Dann reißen wir es einfach ab, das Zeug, oder? Ja, ich muss dann halt mal hier wieder Gebäude zerstören, anmachen. Dann, genau. Und darf nicht vergessen, dass dann auch wieder... Machen wir die Mütterhütte, würde ich sagen, auch gleich weg, oder? Ach, die würde ich mal noch lassen. So als Notfallrückzugsort, wenn man gerade runtergefallen ist und schnell Deckung braucht. Solange man alleine da drin ist, geht's. Okay, ich bin voll mit Stöcken. Geht kein Risiko ein? Nee, würde ich... Nicht bei uns. Wenn wir irgendwie unterwegs sind, dann kann man mal Risiko eingehen. Aber solange wir zu Hause sind, sollten wir schon wirklich in Sicherheit sein. Okay. Aber ich würde auch gegebenenfalls dann mit der Zeit nach und nach hier einen riesengroßen Wald drumherum ziehen. die man halt immer Stück für Stück so ein bisschen erweitert. Dass wir so unser ganzes Gebiet haben, wo auch Bäume drin wachsen. Dass wir halt so ein bisschen autark leben können. Nur, dass... Meist die spawnen nicht in diesem Wald dann, wenn der Wald wirklich zu groß ist? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also bis jetzt sind wir in diesem Bereich da vorne die Bäume einfach immer wieder gewachsen. Also ist gut ja erst... die Monster drin sporen halt, ne? Weiß ich nicht. Müssen wir mal... Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, es blieb zumindest überschaubarer, weil sie auch sich ja ständig dann irgendwo festbacken. Und wenn sie backen, kannst du halt mega geil kämen. So, Trockengestell im Haus ist fertig. Was ist da unten noch? Das ist ein Lamingebau. Was soll denn das sein? Was? Was soll was sein? Im Haus backtest du da? Hä? Ja, doch. Tust du irgendwas im Haus? Hast du oben in unser Schlafzimmer irgendwas noch gebaut? Da fehlt doch noch das Bett. Das zweite. Das ist doch noch nicht fertig. Ja, nein, aber... Das stimmt, aber... Das wird ja als Baustelle angezeigt. Ich habe... Naja, ich weiß, aber... Unten, unterm Bett? Unterm Bett habe ich noch eine Baustelle. Wahrscheinlich ist eigentlich da. Wir sind nicht ganz, was das... Warte, ich komme. Das Bett, ja, okay, das ist der obere Hammer, ne? Die restlichen Hammer sind draußen und unten habe ich noch einen Hammer. Das finde ich jetzt sehr kurios. Ja, ich sehe unten auch einen Hammer. Aber wo kommt der her? Was ist das? Siehst du den hier unten? Ja. Okay, das ist nur bei dir so. Ne, da ist aber nichts. Ja, dann ist es. Wahrscheinlich, Buck. Mit Sicherheit. Scheiß drauf. So, trockene Stelle, sehr gut. Ich habe draußen meine Stöckchen auch schon wieder angebracht. Alter, der Arm schaut halt einfach wirklich abartig aus. Meiner? Ach, scheiße. Ich bin schon wieder gestorben. Man sollte nicht von der Brücke runter springen. Ja, oder halt zumindest auf der richtigen Seite. Nee, der Arm so mit dieser Mutantenhaut. Die ist bei mir so voll stachlig. Ach, ich habe meinen sogar nicht ausgerüstet, ne? Schaut echt ekelhaft aus. Oh, da ist noch ein Stamm. Den nehme ich natürlich auch mit. Da sind sogar noch mehrere Stämme. Die nehme ich alle mit. Und die Stöckchen aber auch. Ach so, ich muss erst Stöckchen sammeln, dann den Stamm. So ist nicht ausgerüstet, sehr gut. Ich höre ein. Ach so, und bei mir ist Anna, ja? Bei mir sind zwei. Scheiben wir mir nicht an. Ich brauche nur zwei Stöckchen, dann komme ich zurück. Vorzugsweise auch mit Stemmen. Bin jetzt auch fast bei dir. Ja, ich sehe dich. Ach so, du hast die Stämme. Hier liegt noch einer. Und irgendwo hatte ich noch angesehen. Achtung, ne? Ich nehme die Stämme. Gibst du mir Deckung? Ich trage. Warte mal, ich... Halt mir bloß den Rücken frei. Ich laufe gerade in die andere Richtung. Ich muss den Stöckchen mitnehmen. Jetzt mal einen Stock vorgekriegt, ne? Ja, okay. Ich glaube, die sind mir aber auch nicht gefolgt. Alles cool. So, okay. Ja, ich komme jetzt hin nachher. Dann schmeiße ich den Stamm hier auch mal mit an den Rand. Ein Baum. Ach, müsste einer es rausgekippt. Naja. Ich würde als erstes ein Knochenlager fertig machen. Und ein Stammlager. Ich gehe auf die Brücke. Da läuft einer. Der greift mich nicht an. Am Lager stehen diese Kletteraffen. Die sind am Anfang noch scheu. Die Zeit sollte man dringend nutzen. Im Lager ist einer, der greift mich gerade an. Ja, dann komm schnell durch und mach die Tür zu. Ich bin an der Tür und gebe dir Deckung. Bevor du wieder stirbst. Los, komm. Los, noch runter. Habe ich. Kommst du jetzt rein? Der ist frei? Ja. Ich bin da. Ich bin hinter dir. Ach so. Da ist noch einer im Lager. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Auf den Steil. Oh, 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 oh. Jeder weg. Ich habe kein Leben mehr. Mit ein bisschen Pech kann er da drüber hüpfen. Aber das ist trotzdem nicht schlecht, wie man es gebaut hat. Ja. Da drüben ist ein Mutant. Ich kann das Feuer nicht mehr anmachen. Ich drücke auf E, aber es passiert nichts. Warte, ich mache es an. Och scheiße, da ist schon wieder einer. Diesmal ist es ein Armling. Ich meine, geil, wir kriegen Schwabbelhaut, aber... Es ist nicht nur vorurteilhaft. Och, ich schieße voll oft daneben. Warte, er ist da unten. Ja, ich kann nicht weiter raus, sonst falle ich. Treffer. Ich schaue vielleicht... Schau mal, ob ich mich auf das Dach stehen kann. Auf welches Dach... Der kommt da hoch, Alter. Aber von... Solange du da stehst, ist er auf dich gefixt und ich treffe ihn extrem gut. Also, falls er dich nicht trifft, bleib da. Aber ich treffe ihn ewig. Okay, Mutant ist tot. Sehr schön. Kann man gucken. Ey, das haben wir diesmal echt... Und zwar exakt mit meinem letzten Pfeil. Achtung, Pfeile holen. Also lass mir bitte Pfeile im Mutanten übrig. Ich gebe sie dir wieder. Ich gebe sie dir wieder. Ich habe sie jetzt erstmal alle genommen. Okay, ich habe Schwabbelhaut. Oh, haben wir oben die Tür offen gelassen? Ich hoffe schon, weil sonst kommen wir jetzt nicht mehr rein. Es sei denn, wir können uns im Lager irgendwie vom Holzlager durch die Luft kommen. Wie oft hatten wir dieses Problem schon mal? Okay, sehr gut. Wie oft... Ah, okay, sehr gut. Aber das Problem hat man schon sehr oft gehabt. Alter, da ist der nächste Beinling. Wir kriegen noch eine Schwabbelhaut. Boah, richtig cool. Und der ist sau langsam aus irgendeinem Grund. Boah! Was tust du? Du bist ja noch... Warum bist du noch unten? Ich bin runtergefallen. Dann komm wieder hoch. Egal, wie einfach halt. Egal, Mammut! Zatza! Allein auch unsere Rüstung jetzt. Das geht halt mal mies gut. So, Achtung, wir nehmen das Reh jetzt auch gleich mal mit, weil das brauche ich nicht. Jawoll! Ich hole auch gleich die Federn gegebenenfalls. Okay, keine Federn da. Ich habe gerade zwei Reh auf einmal gekillt. Ja, ich nehme das unten auseinander. Ja, ich habe dir Deckung gegeben. Ich kann kein Rehfell mehr nehmen. Das eine Reh hat sich auf einmal hingepackt. Keine Ahnung. Ja, ich kann halt gerade kein Rehfell. Komm, wir schauen mal, was man aus der Rehfell arbeiten könnte. Digga, du hast hier nicht zugemacht, oder? Habe ich echt zugemacht? Ich habe von dem Klebe zugemacht, ne? Ich schaue, ob ich mich durchs Lager backen kann, weil die Tür war definitiv zu. Ach, scheiße. Und sollst du uns mal abreißen? Scheiße. Ja, Lager, Tür ist halt auch zu. Ja, dann gehen wir vorne rein, Bouncer. Ich nehme die zwei Stämme mit. Nee, warte mal, warte mal. Ich kann hier da drauf. Hast du noch ein paar Stöcke einstecken? Hast du noch ein paar Stöcke einstecken? Nee, ich habe alle ins Haus. Kannst du noch ein paar holen und hier dieses Stocklager fertig bauen? Wir brauchen noch 14 Stück, weil dann komme ich von dem Stocklager, wenn ich da wieder raufkomme, endlich. Von da aus müsste ich, glaube ich, auf die Mauer kommen. 14 Stück. 10 kann ich tragen, 4 hast du? Nee, ich habe leider gar keine. Aber ich komme gerade so auf. Jetzt bin ich endlich wieder drauf. Nicht runterfallen. Ich sammle schon. Aber wo? Das ist natürlich keiner. Wir brauchen irgendwie so eine Art Noteingang. Und unser Dach schaut echt seltsam aus. Und ich erfriere. Langsam, aber sicher. Eingeborener. Bei mir auch. Weil ich bin hart. Ich erschieße ihn einfach, den Penner. Ja man, genau in sein Gesicht. Du Hund. Ich will da durch. Das Problem ist halt bloß, wenn wir das abreißen, kommen wir da extrem schlecht wieder hin. Wo sind die? Hä? Hier fehlen zwei Stämme aus dem Lager. Also ich habe vorhin zwei in der Hand gehabt, habe sie aber wieder weggeworfen. Ja, aber zwei Stück lagen im Lager. Und die sind jetzt weg. Die im Lager hatte ich kurz in der Hand gehabt, aber ich habe mir angegriffen. Okay, das ist komisch. Das ist sehr komisch. So, wo soll ich die Stock jetzt hin? In das hintere Stocklager. Ich glaube, von hier aus könnte ich dann auf die Wand klettern und dann darüber. So vier Stück brauche ich noch, hä? Jo, und äh, machst du das schnell zwischen den Folgen? Ich stelle mich hier wieder drauf, hoffe, dass ich zwischen den Folgen nicht angegriffen werde. Und dann sehen wir morgen, ob wir hier über die Mauer kommen. Ich höre schon wieder ein. Ja, ich war gerade angegriffen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.